Echt? Mhm. Wow. Klein, aber fein. Ja. Ich hab Post von Namaschal. Das lesen wir. Boah, das ist ganz schön... lieblich. Meine liebe Amy, ich weiß, dass ich gesagt habe, ich würde dich in Ruhe lassen, aber das muss ich zurücknehmen. Könnten wir bitte noch einmal miteinander reden? Ich war so ein Töbel. Klar, Namaschal. Können wir. Wo sind denn deine trockenen Mots eigentlich? Du hast so viele Bots in deiner Liste. Einer ist im Call. Und dann dieser Bot-Kofi-Stream, der ist ja dafür da, um Werbung zu machen zum Donaten. Alter, heid und heid. Was denn? 29 Tage, schaust du mir schon zu. Ich muss weniger streamen. Und guck mal, wie lange ich dir schon folge, Amy. Drei Jahre. Welche Bots denn? Aber die machen ja nichts. Solange die nichts machen, ist ja alles in Ordnung. Finde ich jetzt mal. Die tun nichts, also. Ja. So, ich gehe schnell zu Namaschal. Er will mit mir reden. So, Namaschal, wo bist du? Da unten. Schon wie immer. Wie immer, also da unten. Und wir kriegen gleich... 2150. Wieso 2150? Wirst du sehen, Amy. Okay. Liefere Eisenwaren. So. Hallo, Amy. Du siehst gut aus. Dankeschön. Du bist meine Muse. In letzter Zeit schreibe ich mehr als früher. Auf ein Date gehen. Oh, wir haben unser nächstes Date? Ein Nichtstrahl scheint durch die Bäume. Auf dich oder... Sind das nur Träume? Lass es mich noch einmal versuchen. Dieses Heiligtum gibt mir Frieden. Genau wie du. So wie die Prisen. Ich weiß, das macht keinen Sinn. Mir fehlen einfach die Worte, um mich richtig auszudrücken. Aber ich kann meine Gefühle nicht mehr ignorieren. Dann sage ich es klipp und klar. Du bist mir wichtig. Sehr wichtig. Seit ich dich getroffen habe, muss ich in mein Inneres schauen und mich damit auseinandersetzen, wer ich eigentlich bin. und auch damit, was ich wirklich will. Nachdem ich gründlich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, dass ich mehr als alles andere mit dir zusammen sein möchte. Ich weiß, dass ich mich lächerlich gemacht habe, als ich dich auf die Probe gestellt habe. Die ganze Zeit über warst du die Person, die ich beeindrucken musste. Du, Azorias mutige, weise und freundliche Heldin. Ich kann mir keinen größeren Glück vorstellen, als deine Siege in Gedicht zu besiegen. Ich weiß, ich war nicht gerade höflich, also erwarte ich auch keine Antwort. Aber ich werde mein Bestes geben, um ein Mensch zu werden, auf den du stolz sein kannst. Was? Was? Was bin ich bereits? Wirklich? Trotz aller meiner Macken? Hätte keiner Macken, würde es ja auch langweilig sein, oder? Ich, äh... Mosen, ihr verschlägt mir mal wieder die Sprache. Zeit für Putu! Das war ein wunderbares Date. Was für eine Aufgabe hast du heute? Ich brauche etwas Kleines, Hartes und Glänzendes. Hast du so etwas? Was? Haben wir rauhe Zitrinen? Äh... Ähm... Lagerraum. Aber nein... Das ist nichts für dich. Das brauchen wir selber. Du kriegst Obst und sowas, aber nicht sowas. Ganz einfach. Amy? Das rauhe Zitrin kannst du ihnen ruhig geben, weil... Jetzt habe ich eh abgelehnt. Äh... Weil in der Salzwassermine kriegt man eh definitiv nach paar Sekunden schon wieder neue. Dann hat man eh über... 20, 30, 40... Vielleicht noch mehr davon. Ja... Ja... Kannst... Also... Du kannst ihnen ruhig die 10 raue Zitrinen ruhig geben. Ah, da ist Rauersmaragd. Sehr gering. Ab Ebene 21 erst. Gibt's Rauersmaragd. Kein Wunder können wir das kein... Dings bauen. So... Jetzt gehen wir ja erst rüber. Der Tor ist ja auch. So... Schnell, schnell, schnell. Wir rennen einfach nur durch. Ich bin auf der falschen Seite. Ich musste da runter. So... So... Hier gibt's sehr gering mein... Mein Rauersmaragd. Ach, erst nicht. Zack. Okay, da lebt keine Statuen mehr. Perfekt. Aber den gibt's halt nur sehr gering. Das ist halt auch... Wieder sehr, sehr nervig. Wir gehen erst mal rechts entlang, würde ich sagen. Ey, du Kuh. Musst du mich angreifen? Aber hier sind sehr viele Silbererze. Und ein Rauers... Oh ja, perfekt. Oh ja, für das, dass man sagt, dass es sehr selten ist. Ja, für das, dass man sagt, dass es sehr selten ist. Das, dass man sagt, die sind selten, finde ich hier gleich zwei nebeneinander. Ja, von gewissen Monstern kriegt man auch extra so diese... ...graue Smaragd. Auch wenn man nicht auf der Ebene ist, die man ist. Ja? Ja. Aber ich habe hier jetzt zwei nebeneinander gefunden. Das ist voll perfekt. Sondern dann gehen wir gleich auf die rechte Seite. Da müssen wir auch noch das zweite Siegel finden. Alter, mein Controller macht wieder... Ich hasse es. Ja, ich habe... Ich hatte ja gestern erzählt, Amy, dass der Controller, wenn ich nach rechts steuern will, dass er automatisch nach links geht. Ja. Ich hasse diese Startung voll. Aua. Jetzt habe ich dich eh gleich da und perfekt. Ich ziehe nur noch ein so'n... Ich sag mal einfach weiter Klee... ...Futter ein, dass ich am Ende... ...so diese Schneiden-Klee machen kann. Ich mach das. Und ich mach die Ebene weiter. Zack. Ich ziehe noch eins. Ich guck jetzt hier drüben nach. Meistens ist ja nur eins auf der rechten Seite und eins auf der linken Seite. Das finde ich witzig. Und dann habe ich keine Energie mehr auf das Scheinbleiste. Egal. Für Monsterbesiegen reicht es noch. So, perfekt. Dann können wir ja schon in die nächste Ebene. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich bin ganz fleißig. Ebenen. Ebenen. Ich komme. schon wieder abend zum spiel aber auch gravierte silber siegel okay die restlichen vier ebene braucht man nur noch gravierte silber siegeln ja ich glaube das müsste weil dann machen wir noch drei weitere silber siegel wasser geht damit man nicht stinken nachdem man monster besiegt hat ich habe alles abgegrast an diesem klee also ja nicht schlecht nicht schlecht sagt er schlecht dann fehlen nur noch diese diese tierchen die du brauchst wir haben von diesen klumpen dingern noch genügend insgesamt haben wir von den klecks klumpen 15 stück ich habe ständig wieder neue gesammelt ich sehe schon vor mir das nächste ist bestimmt lavabereich und dann ist schneebereich oder so was ja sie schon an den siegel die siegel sind für den lava das ist schon heftig ja dann kommt eins wir sind sehr sehr fleißig heute das war dann müssen wir nur noch diese grüne dinge suchen und dann wie viele von diesen gerechten atemkrank hast du wie ich hab drei stück drei stück ok das reicht mir noch für drei tage dann würde ich eben fünf stück herstellen hey frosch nein freut dich gerade einfangen was denn da los dass heute keine fische da sind das wundert mich so haben sie Bienchen Kröte Kröte das war eine Erdkröte interessant die ist sogar neu ein grauer kleiner höpfer mit warziger haut der das ganze jahr über die nachtwanderung im flachland unternimmt nicht schlecht aber hey die haben sich jetzt eingeführt dass man sogar wenn man zu zweit ist ein pause drin hat echt ja ne 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 bei mir läuft noch die nur wenn man solomäßig spielt dann ja achso weil wir dann gerade pause dran sehen echt ja warte pausiert ah ok das ist cool das ist cool ja ja ne 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 bei dem brautopf ist noch irgendwas kannst du eben kurz rausnehmen das sind was ist das ein trank nur noch zwei ebenen dann haben wir das auch geschafft du sagst wenn ich ins bett gehen kann ja so vor verkaufe eben noch bei den stand vorne etwas haben wir noch irgendwo was frei ja ein platz hier oben beim ruf ist noch frei kann es machen 244 ist voll geizig wieso ich weiß nicht bei anderen spiele kriegt man doch mehr dachte ich immer es regnet tierchen heute dürft ihr nicht raus es regnet sonst werdet ihr nass und werdet krank und das wollen wir alle nicht ich wollte das tun streichen meine nase kitzelt runder tisch was brauchte man da noch mal für weiß ich nicht silberbarren zwei stück und bohren bauchholz glaube silberbarren hatte ich doch weiß ich nicht hey ich hatte doch zwei silberbarren produziert ja nein ich habe zwei produziert oder es kann sein dass du die rausgenommen hast nein 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 ich habe da nichts rausgeholt ich habe silber siegel gemacht ich habe da muss ich mir wieder zwei machen ich habe mich wohl erkältet hatte zufällig etwas dass mich aufhören könnte milchtee ich habe noch nicht mal milch weil bekommt man milch für die keine ahnung ja aber ich lebe auf story weiter ehrlich weil die tiere wir haben ja keine kuh oder sowas ja cool wenn es kühl gehen würde ein milchtee ja dann haben wir bei unser hof eine kuh drin oder nein wir haben keine kuh nur schafe na ja und tun gibt's kühl ja glaub ich hab da noch nie kühl gesehen deswegen das überrascht mich ein bisschen ich hole mir eben nochmal ein paar von diesen von diesen von diesen oh sag schon von den sporen holz so kam jetzt gerade nicht auf den namen deswegen passiert ja ich bin noch auf der suche nach ähm braue smaragd und ich hab auch schon eins gefunden aber ich muss jetzt erstmal die gegner besiegen hier 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 ich hab ihn doch nicht erledigt wo ist er hin ich hab ihn doch nicht erledigt muss man nicht verstehen habe ich dachte ich habe eben der ein und zwar schon aufgemacht oder du hast den siegel noch nicht aktiviert das kann auch nicht aber muss man dann wenn man den nicht nicht besiegelt hat jedes mal neu einsammeln wenn du wenn du den siegel noch nicht aktiviert hast dann hier hier ich hab nur die steinchen aber schon reingetan wow ja hier ist sehr viel Alter was ist denn mit meinen scheiß geht heute los ist hier noch was was lebt so ich hab keine ahnung könnt ihr mir ein ding geben amy ja das ist kein rauer zitrin das ist rauer smaragd ja meine ich so ach du hast es gefunden okay dann geh ich jetzt auf die linke seite äh rechte seite aber ich dachte gerade ich fall runter aber die gibt es hier auf dieser ebene noch nicht so viel aber die gibt es hier auf dieser ebene noch nicht so viel ich komm aber zu deiner seite auch weil ich mich weil ich muss nachgucken ob irgendwo da noch so sporenpilze sind die ich abbauen kann jetzt hier das müsste so ein ding da ist einer irgendwie sind hier keine dinge kein so ein ding gewesen nein was es ist einer runtergefallen nein das ist belastend ich finde den zweiten nicht das ist es ist belastend dass ich den zweiten nicht finde hallo wo bist du wo bist du wo bist du ich hab nur den ersten ja den zweiten finde ich irgendwie nicht ist der vielleicht in der mitte gute frage ich war gerade in der mitte ich war in der mitte da war nichts außer dass wirklich jetzt unter irgendeinem stein ich bin ausgepowert keine ausdauer mehr schön ich hab ihn ja ok aber ich hab wochen schon das tor hier aufgemacht gehabt das ist ja gewöhnt als mich dass sie dazu ist toll ich kann nicht weiter arbeiten das ist belastend aua meine ganze ausdauer ist leer ja gehen wir weit wieder zurück du kannst ja noch ein bisschen rein da bleiben wenn du willst nö da kann man jetzt wenigstens die wenigstens einen von diesen siegen nochmal machen dann mache ich dann nochmal welche so hast du noch rauersmaragd brauersmaragd 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 ich hab sechs stück leider nur ach so ja ok fehlen zwei nein doch dann hätten wir jetzt mit den siegen schon ach scheibenkleister ja kannst du laut sein so wie kann man hier ganz easy geld machen mit den äpfel hier es fehlt ein rauer amethyst könnte man dann neun stück herstellen da würde man richtig schnell knete verdienen ja ja wieso mit dem raue amethyst weil wir neun weil man zehn stück braucht um einen polierten amethyst zu machen achso weil wenn man die edelstein also wenn man den edelstein polierer benutzt und diese dinge sammelt und poliert dann kriegt man etwas mehr geld als erwartet achso ja nicht schlecht mhm so dann geh ich bisschen an den strand angeln so jetzt habe ich genügend an bohrenholzbauholz ja guck mal schon name aber echt bohrenholzbauholz wieso nennen wir es nicht gleich bohrenbauholz ich weiß es nicht das wird eine sehr sehr gute frage ja ich habe eine kappe glaubt den tisch tue ich lieber auf den dachboden weil der ist nicht zwei angel das habe ich gerade nicht verstanden ich glaube das muss man auch nicht verstehen ach vielleicht ein bug das kann sein ja ja so so die strände von muscheln befreien oah mein fuß ist eingeneckt schön das ist belastend dieser moment wenn es automatisch ist die angel ausgerüstet hat ach du hattest noch das ist noch amethyst gehabt das wusste ich nicht ich hoffe der hof unten ist noch frei also beim also bei diesen einen platz wo man sehr viel verkaufen kann nicht mehr viel also es muss mindestens neun platz frei sein das reicht glaubt nicht ich habe nämlich sehr viele muscheln eingesammelt versuche irgendwie bisher zu verkaufen ja vier plätze sind noch frei weil man kriegt von hier ich tue die steine raus weil man kriegt von den polierten amethyst wenn man sie verkauft 375 ja nicht schlecht für neun stück da ist auch noch ein stein den amy da reingetan hat ja den habe ich aus was sie ihn abgedingst hat und das dinge da dachte ich hier schmeiße ich mit rein du sagst aber nicht schlafen gehen kann also die leute gehen auch schon pennen also kann es eigentlich so langsam machen und du kannst das gucken unter mehr details da siehst du dann wovon man richtig viel gekriegt hat bei mir steht nur rüben und also apfel 45 u ammonit war am teuersten polierte amethyst jetzt weißt du warum man am start rauer amethyst lieber poliert machen soll dann kriegst du richtig die knete schon so tierchen heute ist wieder schönes wetter heute könnt ihr raus freut ihr euch schon bestimmt ich finde es witzig wir haben nur einmal futter gemacht und seitdem müssen wir müssten nie futter machen irgendwie ich gehe in die salzwasser mine ich sammle mal ein paar von diesen zitrinen und sonstigen dingen ja mach das ich gehe wieder in die andere mine aber erstmal die tiere und mein darling und dann geht es in die mine oder zitrin pyrodit und aquamarine topas gibt es auch noch ok ja so freut mich dir schönes wetter ich sammle lieber aquamarine mach das heute bist du da unten dann wahrscheinlich so mein herr was möchtest du heute von mir ich bin hinterm haus gefangen oh mein gott was möchtest du heute mein herr ich brauche etwas kleines hartes und glänzendes nee kriegst du nicht knallhart knall knallhart so jetzt gehen wir schnell mieten die mine zurück also verwenden ja reisen let's go ja wir müssen jetzt wieder ein ding wieder die grünen dinge suchen die grünen dinge die software wurde beendet ein fehler aufgetreten ist nee es hat nicht da gespeichert ich weiß das gerade nein du bist nicht drin ich schicke nochmal einladung ja alles gut eh verlasten was darf ich nochmal alles machen hab gerade sogar auch in einer runde verloren ich habe gerade kurz eine runde wo ist das gespielt mit fußballmodus ja schon verloren schnell die tiere füttern dann geht es ab in die mine ja eh nicht mehr lange gemacht zum glück muss ich die woche nur vier tage arbeiten anstatt fünf drei so ist es gut ja weil ich nämlich dienstag ein termin habe bei so einem lungenarzt weil ich hatte nämlich schließlich früher so zu dollen husten gehabt und so so dass ich dieses asthma zeug gekriegt habe dann noch habe ich mir hustenlöser gekauft pfefferminztee pipapo also man könnte sagen ich habe die volle portion in mir reingeknallt bis mir die birne geknallt hätte lecker lecker mhm so auch mal ein neues raunrauer smarad man muss schon wieder für ebene 21 wieder die türen links die steine suchen ah nein diesmal nicht okay dann suchen wir nur den raunen smarad und dann gehen wir in den nächsten raum weiter wir gehen hier rechts entlang ich gehe erst in die nächste ebene wenn ich hier wenn ich weiß dass ich hier keinen raunen smarad finde und ja ich glaube es gibt keinen ja es gibt hier diesmal keinen witzig ist ja witzig das ist ja immer einer komisch 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 so hier kann man schon mal wenigstens einen rein machen perfekt war klar das war klar meine liebe statu da ist ein draus immer weg perfekt perfekt so ich wäre fast runter gefallen oh meine Güte ich gehe da runter bollen woher d und ja stove Norddeutscher Wollen die mich an den Hops nehmen? Aber dass kein Raubersmerakt richtig schade. Ups, das wollte ich nicht. Aber Eisenerz. Ich würde auch so gerne auf so Pilze hüpfen. Das ist bestimmt cool. Wieso bin ich kein rauen Smarad? Was finde ich jetzt unfair? So, du gehst jetzt auch da rum. Ich mag diese Statuen nicht. Die sind egelhaft. Und ich finde jetzt... Achso, Tor ist ja schon auf. Aber wenn Tor auf ist, dann kann ich einfach weiterdüsen. Kein rauher Smarad. Schade Marmelade. Schade Marmelade. So, Stufe 22. Auch ein rauher Smarad. Ist hier einer? Ja, da ist einer. Perfekt. Geht weg. Das ist mein rauher Smarad. Verschwindet. Mein Gott, hier sind ganz viele. Ich bin hier im Paradies. Ihr rauher Smarad. Kommt her, ihr. Schnuggis. Ups. Ihr Schnuggis, kommt her. Ich brauche euch. So. Tor ist auf. Perfekt. So, jetzt sind wir eh mehr 23. Okay. Boing. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Gleich drei Startpunkten. Nein, ich bin down! Oh no! Man hat dich ausgemacht? Ach du grüner Neuner. Zum Glück behält man aber die Sachen. Ja, ich bin bis Ebene 23 jetzt gekommen. Besser als gar nicht. Sonst können wir nochmal die letzten zwei, vier, drei machen. Je nachdem wie ich mich eingesammelt habe. Ich kann nur zwei machen. Braucht man für Ebene 25 dann auch noch ein Siegel? Nein. Okay. Perfekt. Dann ist perfekt. Weil dann habe ich jetzt die letzten zwei gemacht. Super. Ja. Und dann haben wir endlich... Da muss man bestimmt dann auch von so einem Tier bestimmt die Aufgabe lösen, oder? Mit Essensrezepten und sonstigen Kram. Ja. Also ja. Ach nö. Warum muss man das jedes Mal machen? So eine Art Prüfungs-Dings. Aber egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Also ich sammle gerade Aquamarine ein bisschen ein. Ja. Dass ich dann diesen rauer Aquamarine zu diesen Polierten machen kann. Ja. Und dann am Ende Geld paar sammeln können. Okay. Ja. Ja. Es gibt keine Muscheln. Das nicht so schnell spawnen ist ja witzig. Das ist ein riesen Ding. Dich angel ich. Ja, du. Träte ich um. Mann. Ich muss mich gleich auch noch ums Essen machen, weil wir wollen was Leckeres machen. Nicht schlecht. Mhm. Dann würdest du sogar auch Appetit kriegen, Amy. Echt? Ja. Auf saftige Nussball-Dinos. Also. Ja. Bei mir gab's heute Omelette, aber auf ganz andere Art. Ich hab mit Reispapier gegessen und mit Schinkenwürfel. Das habe ich gesehen, dieses Reisomelette. Das sieht sehr, sehr kreativ aus. Ist auch sehr schnell gemacht. Da war ein Fisch. Ah, so ein Fisch hier. Kommt ja ihr. Süßis. Ich brauche ein bisschen Geld, deswegen angel ich euch. Hallo her, komm. Hallo. 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 Hohlenfisch, okay. Sachen gibts. Nein, nicht ziehen. Bleib hier du. Nein, Fischy. Nein, Hör sich aber lustig an, Amy. kohlenfisch als wäre als wäre der fisch auf heiße kohlen gewesen vielleicht war ja auch heißen kohlen das könnte sein ich sehe dich nicht mehr nein fisch da bleiben halt stopp halt stopp da ist einer es war einer kommt zurück ach man die güte fisch bleibt doch da da scheint aber nichts kämpfen das ist witzig ok die fische sind auf heiße kohlen ja das stimmt du bist auch wieder ein kohlen fisch 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 war klar dass es ein kohlenfisch wird warum habe ich das gesagt einfach mit ansage ja glänzende fische wer von euch beißt an dann bist du aber mein letzter fisch für heute da bleiben habe ich gesagt er ist hartnäckig ich dachte ich hab dich jetzt ich bin gespannt wie viel geht es ich glaube bei den fischern glaubt nicht so viel aber wie viel weiß ich nicht ich habe selbst nie nachgeschaut wie viel die werte ich auch nicht sehen wir ja dann gleich meine taschen werden ich komme jetzt auch muss ich warte oder kann ich schon neuer tag machen naja kann es eigentlich schon neuen tag machen wenn du willst also ein tag war ich noch und dann will ich erst vorbereiten ich mache keinen tag mehr das ist bei mir schon feierabend was kann tag machen ja okay dann ist es gut meine kontaktlinzen fangen an zu trocknen trocknen und kratzen so wie viel geld kriege ich für fische neue aufgaben 210 ok aber das verstehe ich jetzt auch nicht muss man nicht verstehen muss man nicht verstehen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal